personen helene ivanovna popow eine junge witwe gutsbesitzerin grigori stepanowitsch smirnov gutsbesitzer luka diener bei frau popow gelesen von martin harbecke erzähler gelesen von elli ort der handlung das gute frau popow erster auftritt frau popow luka frau popow in tiefer trauer sitzt auf dem sofa rechts blüht unverwandte eine fotografie an luka es ist nicht recht gnädige frau sie richten sich zugrunde die magd und die köchin sind bären suchen gegangen alles was atmet freut sich des daseins selbst die katze versteht sich auf ihr vergnügen schleicht im hof umher und fängt vögel los sie hocken den ganzen tag im zimmer gerade wie in einem kloster und haben so gar keine freude ja wahrhaftig wenn man genau nach rechnet haben sie ein jahr lang das haus nicht verlassen und ich werde es auch niemals verlassen wozu mein leben ist abgeschlossen er liegt im grabe ich habe mich zwischen diesen vier mauern begraben wir sind beide gestorben da hat man es es ist nicht zum anhören wirklich wahr nikolai michailovic ist gestorben so war es gottes wille gott geb ihm die ewige ruhe sie haben sich gegrämt nun ist genug es ist zeit aufzuhören man kann nicht ewig weinen und trauerkleider tragen auch mir ist vor jahren meine alte gestorben ich habe mich gegrämt einen monat lang habe ich geweint und dann war es genug kann man denn ewig knargelieder singen das war ja die alte auch nicht wert er seufzt sie haben alle nachbarn vergessen sie fahren nicht aus und wollen auch niemand empfangen wir leben verzeihen sie wie die spinnen das liebe tageslicht sehen wir nicht die livre ist von den mäusen zerfressen und wenn es noch keine guten menschen gäbe aber der ganze umkreis ist voll von herrschaften in ribloff steht das regiment offiziere einfach konfekt man kann sich nicht satt sehen und im lager ist an jedem freitag ball und jeden tag spielt die militärmusik ach meine liebe gnädige frau so jung und so schön wie sie sind milch und blut wenn sie doch nur ihrem vergnügen leben wollten die schönheit ist nicht für immer gegeben wenn so zehn jährchen vorbei sind dann werden sie gern paradieren wollen um die herren offiziere daran zu bekommen aber da wird es zu spät sein frau popov entschieden ich bitte dich mir nie mehr davon zu sprechen du weißt dass mein leben seit dem tode nikolai michailowitschs für mich jeden wert verloren hat du glaubst ich liebe aber es scheint dir bloß ich habe im grabe gelobt diese trauerkleider nicht abzulegen und fern von der welt zu leben hörst du möge seine abgeschiedene seele sehen wie ich ihn liebe ja ich weiß es ist für dich kein geheimnis er war oft ungerecht gegen mich grausam und er war mir nicht treu aber ich werde treu sein bis zum grabe und ihm beweisen wie ich zu lieben vermag dort im jenseits wird er mich ebenso finden wie ich bis zu seinem tode gewesen wozu diese worte wenn sie doch lieber im garten spazieren ging oder befehlen wollten tobi oder den velikan vorzuspannen um die nachbarn wieder einmal zu besuchen frau popov wehnt ach gnädige frau meine liebe gnädige frau was ist um christi willen er hat tobi so sehr geliebt er ließ ihn immer anspannen wenn er zu korchagins und vlasovs fuhr wie herrlich er kutschierte wie hübsch er aussah wenn er aus allen kräften die zügel an sich zog erinnerst du dich tobi tobi lass ihm heute ein achtel hafer mehr geben zu befehl ein heftiges klingeln frau popov zog zusammen was ist das sage dass ich niemand empfangen zu befehl er geht durch die mitte ab zweiter auftritt frau popov allein frau popov die fotografie anblickend du wirst sehen nicole wie ich zu lieben und zu verzeihen vermag meine liebe wird mit mir zugleich erlöschen wenn mein armes herz zu schlagen aufhören wird sie lächelt unter tränen und du schämst dich nicht ich bin ein braves treues weib ich habe mich eingekerkert und werde dir treu bleiben bis zum grabe und du und du schämst dich nicht mein liebes ungeheuer hast mich betrogen hast mir szenen gemacht hast mich lange wochen allein gelassen luka tritt in große aufregung ein dritter auftritt frau popov luka gnädige frau es fragt jemand nach ihnen will sie sehen du hast doch gesagt dass ich seit dem tode meines mannes niemand empfangen das habe ich gesagt aber er will nichts davon hören er sagt es sei eine sehr dringende angelegenheit ich empfange nicht das habe ich ihm ja gesagt er ist ein wilder er schimpfte und drang einfach ins zimmer ein er steht schon im speisezimmer frau popov erregt gut lass ihn herein welche zudringlichkeit luka durch die mitte ab wie lästig die menschen sind was wollen sie von mir warum stören sie meine ruhe sie seufzt ja es ist ganz klar ich werde wirklich ins kloster gehen müssen nachdenklich ja ins kloster smirnoff tritt ein gefolgt von luka vierter auftritt frau popov luka smirnoff smirnoff zu luka dummkopf plappers zu viel esel frau popov erblickend mit würde meine gnädige ich habe die ehre mich vorzustellen artillerieleutnant außer dienst grundbesitzer grigori stepanowitsch smirnoff bin gezwungen sie in einer höchst wichtigen angelegenheit zu belästigen frau popov ohne ihm die hand zu reichen was wünschen sie ihr seliger gatte mit dem ich die ehre hatte bekannt zu sein blieb mir zwei wechsel im betrag von 1200 rubel schuldig da ich morgen in der agrarbank zinsen zu erlegen habe möchte ich sie ersuchen meine gnädige mir das geld noch heute zu bezahlen 1200 und wofür ist mein mann ihnen das schuldig geblieben er hat hafer von mir gekauft frau popov seufzen zu luka luka vergiss also nicht zu sagen dass man tobi ein achtel hafer mehr geben soll luka geht ab frau popov zu smirnoff wenn nikolai michailovic ihnen das schuldig geblieben so werde ich selbstverständlich bezahlen aber bitte entschuldigen sie ich habe heute das geld nicht zur verfügung übermorgen kehrt mein verwalter aus der stadt zurück und ich werde ihn beauftragen ihnen zu zahlen was ihnen gebührt aber bis dahin kann ich ihren wunsch nicht erfüllen überdies sind es gerade heute sieben monate daß mein mann gestorben ist und ich bin nicht in der stimmung mich mit geldangelegenheiten zu beschäftigen und ich befinde mich in einer stimmung dass ich wenn ich morgen die zinsen nicht einzahle mit den füßen nach oben durch den schornstein werde fliegen müssen man wird mein gut sequestrieren übermorgen erhalten sie das geld ich brauche das geld nicht übermorgen sondern heute verzeihen sie heute kann ich ihnen nicht zahlen und ich kann bis übermorgen nicht warten was soll ich aber tun wenn ich es nicht sofort habe sie können also nicht zahlen ich kann nicht ist das ihr letztes wort ja das letzte das letzte endgültig endgültig danke gehorsamst wir wollen uns das merken er zog die schultern und da verlangt man noch daß ich kaltblütig sei der akzisebeamte begegnete mir soeben auf dem wege und fragte warum ärgern sie sich immer grigori stepanowitsch ja erbarmen sie sich wie soll ich mich denn nicht ärgern ich brauche geld das messer steht mir an der kehle gestern früh fuhr ich schon beim ersten morgen grauen vom hause fort und war bei allen meinen schuldnern wenn auch nur einer von ihnen seine schuld bezahlt hätte abgeschunden habe ich mich wie ein hund habe der teufel weiß wo in einer jüdischen schenke übernachtet neben einem schnapsfass endlich komme ich hierher siebzig werst vom hause und hoffe geld zu bekommen und da regaliert man mich mit stimmung wie soll ich mich da nicht ärgern ich glaube ihnen deutlich gesagt zu haben der verwalter wird aus der stadt zurückkehren dann erhalten sie das geld ich bin nicht zum verwalter sondern zu ihnen gekommen was teufel verzeihen sie den ausdruck kümmert mich ihr verwalter entschuldigen sie verehrtes der herr ich bin weder an ihre sonderbaren ausdrücke noch an einen solchen ton gewöhnt ich höre sie nicht weiter an sie geht rasch nach links ab fünfter auftritt smirner verleihen was sagt man dazu stimmung vor sieben monaten ist der mann gestorben aber muss ich die zinsen einzahlen oder nicht ich frage muss ich die zinsen zahlen oder muss ich nicht nun ja der mann ist gestorben stimmung und allerlei faxen der verwalter der teufel hole ihn ist irgendwo hingefahren nun befehlen sie was soll ich tun soll ich etwa im luftballon meinen gläubigen entfliehen oder mit dem kopf die mauer einrennen komme ich zu grustev geruht er nicht zu hause zu sein iroschewitsch hat sich einfach versteckt mit kurzin habe ich mich tödlich gezankt und ich hätte ihn beinahe zum fenster hinaus geworfen masutov hat die cholerine und bei der da stimmung keine einzige kanalie will zahlen und das alles nur deshalb weil ich sie alle zu sehr verwöhnt habe weil ich ein jammermeier ein waschlappen ein altes weib bin ich bin zu zart fühlend mit ihnen aber wartet nur ihr werdet mich kennenlernen ich gestatte keinem mit mir seinen scherz zu treiben der teufel noch einmal ich bleibe hier und werde nicht von der stelle weichen bis sie zahlt wie böse ich heute bin wie schrecklich böse ich bin vor bosheit zittern mir alle sehnenbänder und der atem versagt mir pfui mein gott übel schlecht wird mir sogar er schreit dina luka tritt ein sechster auftritt smirnov luka was steht zu diensten gib mir quas oder wasser luka geht ab nein was sagt man dazu sie hat es nicht zur verfügung was ist das für eine logik einem menschen steht das messer an der kehle er braucht geld er ist auf dem sprunge sich zu erhängen und sie zahlt nicht weil sie nicht in stimmung ist sich mit geld angelegenheiten zu beschäftigen sieh mal echte frauenlogik turnüre logik darum habe ich auch nie mit frauen sprechen wollen und tue es auch jetzt nicht gern mir fällt es leichter auf einem pulverfass zu sitzen als mit einer frau zu reden eiskalt überläuft es mich so sehr hat mich diese turnüre erbost ich brauche nur aus der ferne so ein poetisches geschöpft zu erblicken so bekomme ich vor wut wadenkrämpfe man müsste einfach zu hilfe schreien luka tritt ein siebenter auftritt smirnov luka luka reicht im wasser die gnädige frau ist krank und empfängt nicht marsch hinaus luka geht ab krank und empfängt nicht ist doch nicht notwendig empfangen nicht ich bleibe und werde hier sitzen bis du das geld hergibst wirst du eine woche krank sein werde ich eine woche hier sitzen wirst du ein jahr krank sein werde ich ein jahr hier bleiben gefatterin ich werde schon mein geld heraus bekommen mich rührst du nicht mit den trauerkleidern auch nicht mit den grübchen in den wangen wir kennen diese grübchen er schreit zum fenster hinaus simeon spann aus wir fahren nicht so bald fort ich bleibe hier sag dort im stall man soll den pferden haar vergeben viehkerl das linke pferd hat sich schon wieder in die züge verwickelt spottet ihm nach tut nichts ich werde dir schon zeigen tut nichts geht vom fenster weg es ist sehr schlimm unerträgliche hitze keiner zahlt diese nacht habe ich schlecht geschlafen und hier die trauer schleppe mit stimmung der kopf schmerzt soll ich vielleicht einen schnaps trinken schließlich trinken wir ein schreit dina luca tritt ein was wünschen sie ein gläschen schnaps luca geht ab smirnov setzt sich und betrachtet seine kleidung uff eine nette figur das läßt sich nicht leugnen bestaubt schmutzige stiefel ungewaschen ungekämmt stroh auf der weste die gnädige hat mich einfach für einen räuber gehalten ergehend uch es war etwas unhöflich in solchem aufzug in einem empfangszimmer zu erscheinen nun ja tut nichts ich bin hier nicht gast sondern gläubiger und für gläubiger ist das kostüm nicht vorgeschrieben luca kommt mit dem schnaps sie erlauben sich viel mein herr smirnov zwanig was ich ich habe nichts ich habe eigentlich zu wem sprichst du halt den mund luca besäte so eine bescherung dieses ungetüm hat sich uns auf den hals gesetzt er geht ab ach gott wie böse ich bin so böse daß ich scheint mir die ganze welt zu staub zermalmen möchte sogar übel wird mir er ruft dina achter auftritt frau popov smirnov frau popov kommt gesenkten augen geehrter herr ich habe mich in meiner einsamkeit völlig der menschen stimmen entwöhnt und kann geschrei nicht ertragen ich bitte sie dringend stören sie meine ruhe nicht zahlen sie mir mein geld und ich reise ab ich sagte ihnen bereits in ihrer muttersprache ich habe das geld jetzt nicht zur verfügung warten sie bis übermorgen auch ich hatte die ehre ihnen in ihrer muttersprache mitzuteilen dass ich das geld nicht übermorgen sondern heute brauche wenn sie mir heute nicht zahlen muss ich mich morgen aufhängen was soll ich aber tun wenn ich das geld nicht habe wie sonderbar sie zahlen also nicht sofort nicht ich kann nicht dann bleibe ich hier und werde so lange sitzen bis ich das geld bekomme er setzt sich sie werden übermorgen zahlen ausgezeichnet so bleibe ich bis übermorgen springt auf ich frage sie muss ich morgen die zinsen zahlen oder nicht oder glauben sie ich scherze geehrter herr ich bitte sie nicht zu schreien hier ist kein stall ich frage sie nicht nach dem stall sondern danach ob ich morgen die zinsen erlegen muss oder nicht sie wissen nicht wie man sich einer dame gegenüber beträgt oh doch ich weiß mich mit damen zu benehmen nein sie wissen es nicht sie sind ein ungezogener grober mensch anständige leute sprechen nicht so mit damen ach wie merkwürdig wie befehlen sie denn mit ihnen zu sprechen etwa französisch boshoff lispelnd madame je vous prie wie glücklich bin ich dass sie mir das geld nicht bezahlen pardon dass ich sie gestört habe welch ehrliches wetter wir heute haben und wie gut ihnen diese trauerkleider stehen er macht kratzfüsse gar nicht witzig aber grob smirnov nachahmend nicht witzig aber grob ich weiß mich nicht in damengesellschaft zu betragen meine gnädigste ich habe in meinem leben viel mehr frauen gesehen als die sperlinge dreimal habe ich mich der frauen wegen duelliert zwölf frauen habe ich sitzen lassen neun haben mich sitzen lassen jawohl es gab eine zeit wo ich den narren spielte honig worte lispelte kratzfüße komplimente machte ich liebte litt seufzte den mond an zerfloß in liebesqualen ich liebte leidenschaftlich ich liebte bis zur raserei in allen tonarten ich schnatterte wie eine elster über die emanzipation vergeudete infolge dieser zarten gefühle das halbe vermögen aber jetzt hol mich der teufel ist es genug gehorsamster diener jetzt lasse ich mich nicht mehr von euch an der nase herumführen genug schwarze augen leidenschaftliche augen korallenlippen grübchen in den wangen mondenschein flüstern leises schüchternes atmen für das alles meine gnädige gebe ich heute auch nicht einen kupfergroschen ich spreche nicht von den anwesenden aber alle frauen von der kleinsten bis zur größten sind aufgeblasen heuchlerisch klatschsüchtig gehässig verlogen vom wirbel bis zur zehe eitel kleinlich grausam von einer empörenden logik und was das erschlägt sich auf die stirn betrifft so verzeihen sie mir die aufrichtigkeit kann ein sperrling einem x-beliebigen philosophen im unterrock zehn vorgeben sieht man ein solch poetisches geschöpf vor sich so glaubt man ein ätherisches göttliches wesen zu erblicken so wunderschön ein hauch und man zerfließt in tausend entzückungen und wonnen sieht man aber in die seele so ist es ein gewöhnliches krokodil er greift in die stuhllehne der stuhl kracht und bricht in zwei das empörendste ist aber dass dieses krokodil sich einbildet es sei ein chef de oeuvre die zarten gefühle seien sein alleiniges monopol der teufel holz hängen sie mich da an diesem nagel mit den füßen nach oben auf wenn die frau außer ihrem seidenpinsch jemand lieben kann wenn sie liebt versteht sie bloß zu jammern oder tränen zu vergießen wo der mann leidet und opfer bringt dort äußert sich ihre ganze liebe darin dass sie mit der schleppe hin und her dreht und den mann an der nase herumführen will sie haben das unglück eine frau zu sein sie werden daher die frauen natur kennen sagen sie mir auf ehr und gewissen haben sie in ihrem leben schon eine frau gesehen die aufrichtig treu und beständig gewesen wäre sie haben sie nicht gesehen treu und beständig sind einzig und allein die alten und die missgestalteten sie werden eher einer gehörnten katze oder einer weißen waldschnäpfe begegnen als einer treuen frau aber erlauben sie mir wer ist denn nach ihrer meinung treu und beständig in der liebe etwa der mann jawohl der mann der mann sie lacht ironisch der mann ist treu und beständig in der liebe das ist aber etwas ganz neues mit welchem recht behaupten sie das die männer und treu beständig wenn wir schon so weit gekommen sind so werde ich ihnen sagen dass von allen männern die ich gekannt und kenne der beste mein seliger mann war ich liebte ihn leidenschaftlich mit allen meinen gefühlen wie nur eine junge denkende frau lieben kann ich gab ihm meine jugend hin mein glück das leben mein vermögen ich betete ihn an wie eine heidin und und was geschah dieser beste der männer betrog mich auf schritt und tritt in der gewissenlosesten art nach seinem tode fand ich im schreibtisch eine volle lade mit liebesbriefen und bei lebzeiten mir ist es furchtbar daran zurückzudenken ließ er mich wochenlang allein machte er in meiner gegenwart anderen frauen den hof hinter ging er mich verschwendete mein geld und spottete über meine gefühle und trotz alledem liebte ich ihn und war ihm treu ja noch mehr er ist gestorben und ich bin ihm noch immer treu ich habe mich für ewig zwischen den vier mauern begraben und bis zum tode lege ich diese trauer kleider nicht ab ist mir in der flacht verächtlich trauer kleider ich begreife nicht für wen sie mich halten als ob ich nicht wüsste wozu sie diesen schwarzen domino tragen und warum sie sich in den vier wänden begraben haben ob ich das weiß das ist so geheimnisvoll poetisch irgendein junker wird an dem herrenhaus vorbeifahren oder ein geckenhafter poet zu den fenstern hinauf blicken und sich denken hier lebt die geheimnisvolle tamara die aus liebe zu ihrem gatten sich zwischen den vier mauern begraben hat wir kennen diese kunststücke Frau Popoff aufspringend was wie unterstehen sie sich mir das alles zu sagen sie haben sich lebendig begraben sie haben aber dabei nicht vergessen ihr gesicht zu pudern wie wagen sie es nur mit mir so zu sprechen schreien sie nicht ich bitte sie ich bin nicht ihr verwalter gestatten sie mir die dinge beim rechten namen zu nennen ich bin keine frau und bin gewohnt meine meinung offen zu äußern bitte also nicht zu schreien nicht ich schreie sondern sie schreien lassen sie mich in ruhe ich bitte zahlen sie mir das geld und ich reise ab ich werde ihnen das geld nicht geben nicht sie geben es also nicht ihnen zum trotz werden sie keinen kopekin bekommen sie sollen mich in ruhe lassen ich habe nicht das vergnügen ihr gemahl oder ihr bräutigam zu sein und bitte sie daher keines zähnen er setzt sich ich vertrage das nicht Frau Popoff schwer atmend verzwahn sie setzen sich ich sitze bereits ich bitte gehen sie geben sie das geld beiseite ach wie böse ich bin wie böse ich wünsche nicht mit unverschämten menschen zu sprechen hinaus pause sie gehen nicht nein 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 gut sie klingelt neunter auftritt die vorigen luka luka führe diesen herrn hinaus luka geht auf smirnav zu mein herr gehen sie doch wenn man ihnen befiehlt was wollen sie hier smirnav ausspringen halt das maul mit wem sprichst du ich zermalme dich zu brei luka fasst sich nach dem herz gerechter gott er fällt in einen stuhl ach mir ist schlecht ich ich habe keinen atem wo ist dascha ruft dascha pelageya dascha sie klingelt ach alle sind bären suchen gegangen keiner ist zu hause mir ist schlecht was da frau popov zu smirnav scheren sie sich fort wollen sie nicht etwas höflicher sein frau popov die fäuste ballend und mit den füßen stampfend sie sind ein grobian ein grober bär ein ungeheuer was was haben sie gesagt ich habe gesagt dass sie ein bär ein ungeheuer sind smirnav nähert sich ihr mit raschen schritten aber erlauben sie mir welches recht haben sie mich zu beleidigen ja ich beleidige sie was ist denn dabei sie glauben dass ich mich für ihnen fürchte und sie glauben wohl als poetisches geschöpf haben sie ein recht ungestraft zu beleidigen ich fordere sie da haben sie es barmherziger gott was es wird duelliert glauben sie weil sie kräftige fäuste und einen stiernacken haben dass ich sie fürchte sie grobian in die schranken ich erlaube keinem mich zu beleidigen und schere mich nicht drum dass sie eine dame ein zartes geschöpf sind frau popov bemüht sich ihn zu überschreien bär 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 es ist endlich zeit mit dem alten vorurteil aufzuräumen dass nur der mann verpflichtet sei für eine beleidigung genugtuung zu geben wenn gleichberechtigung so gleichberechtigung in allem zum teufel noch einmal in die schranken sie wollen sich also duellieren bitte so fort so fort mein mann hatte pistolen ich bringe sie sogleich sie geht eilig ab und wendet sich um oh mit welchem vergnügen werde ich ihnen die kugel in die unverschämte stirn jagen der teufel hole sie geht ab wie ein hühnchen schieße ich sie nieder ich bin kein grüner junge kein sentimentaler junger hund für mich gibt es keine zarten geschöpfe väterchen er fällt auf die knie erbarme dich meiner eines alten mannes erweise mir die gnade und geh fort von hier du hast mich zu tod erschreckt und jetzt willst du dich noch duellieren die gleichberechtigung die emanzipation dabei sind beide geschlechter gleich aus prinzip schieße ich sie nieder aber was sagt man zu solch einem weib nachahmend der teufel hole sie ich werde die kugel in ihre unverschämte stirn jagen was sagt man dazu hat sich ereifert die augen blitzen sie hat die forderung angenommen bei meiner ehre zum ersten mal in meinem leben sehe ich eine solche frau väterchen geh fort geh fort von hier das ist eine frau das begreife ich ein echtes weib kein weicher teig nicht zerflossen sondern feuer schießpulver eine rakete es wäre schade eine solchen niederzuschießen luca wend väterchen geh fort sie gefällt mir entschieden entschieden trotz der grübchen in den wangen gefällt sie mir ich bin sogar bereit ihr die schuld nachzusehen und der zorn ist mir vergangen eine merkwürdige frau frau popoff kommt mit den pistolen 10. auftritt die vorigen frau popoff da sind die pistolen aber ehe wir uns duellieren zeigen sie mir bitte wie man schießen muss ich habe noch nie im leben eine pistole in der hand gehalten gott sei uns gnädig und erbarme dich unser ich gehe und hole den gärtner und den kutscher woher ist nur dieses unheil über uns gekommen er geht ab smirnov betrachtet die pistolen sehn sie es gibt verschiedene sorten von pistolen es gibt speziell duell pistolen von mortimer mit kapseln aber das sind revolver system smith & wesson mit einem extraktor herrliche pistolen so ein paar kostet mindestens 90 rubel so muss man den revolver halten weshalb diese augen diese augen diese augen so ja so dann ziehen sie den hahn auf da so legen sie an den kopf ein wenig zurück strecken sie gefälligst den arm fest aus so dann drücken sie mit diesem finger auf das ding da und das ist alles die hauptregel ist aber nicht aufgeregt sein sich nicht beeilen beim zielen und darauf achten dass die hand nicht zittere gut im zimmer ist es unbequem zu schießen gehen wir in den garten gehen wir ich mache sie jedoch darauf aufmerksam dass ich in die luft schießen werde das fehlte noch warum weil weil das ist meine sache warum sie haben angst bekommen ja ah nein mein herr nur keine ausflüchte bitte folgen sie mir ich werde mich nicht eher beruhigen bis ich ihre stirn durchbohrt haben werde diese stirn die ich so sehr hasse sie haben angst bekommen ja ich habe angst bekommen sie lügen warum wollen sie sich nicht schlagen weil 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 sie mir gefallen Frau Popoff mit bösem Lachen ich gefalle ihm er wagt es zu sagen dass ich ihm gefalle sie zeigt nach der Tür gehen sie Smirnov legt schweigend den Revolver auf den Tisch nimmt den Hut und geht an der Tür bleibt er stehen eine Weile sind sie schweigend an dann nähert er sich unschlüssig hören sie sind sie noch böse ich war auch teufels wütend aber verstehen sie mich nur recht wie soll ich mich nur ausdrücken die Sache ist nämlich die dass solche Geschichten eigentlich er schreit nun ja ist es denn meine schuld dass sie mir gefallen er greift die Stuhllehne der Stuhl kracht und bricht den Zweck der Teufel weiß was für gebrechliche Möbel sie haben sie gefallen mir verstehen sie ich ich bin fast verliebt fort von mir ich hasse sie Gott welch ein Weib ich habe nie im Leben so etwas ähnliches gesehen ich bin verloren ruiniert ich bin in die Mausefalle geraten wie eine Maus gehen sie oder ich schieße schießen sie sie können nicht begreifen welches Glück es ist unter den Blicken dieser herrlichen Augen zu sterben zu sterben durch den Revolver den dieses kleine Sammethäntchen hält ich bin verrückt geworden bedenken sie und entscheiden sie sofort denn wenn ich jetzt von ihnen gehe sehen wir uns nie wieder entscheiden sie sprechen sie ich bin von Adel ein anständiger Mensch habe zehntausend jährlich Einkommen treffe mit dem Gewehr eine Münze die in die Luft geworfen wird ich besitze herrliche Pferde wollen sie meine Frau werden Frau Popoff empört schwingt den Revolver schießen in die Schranken ich bin um den Verstand gekommen ich begreife nichts Diener Wasser Frau Popoff schreit in die Schranken ich habe meinen Verstand verloren ich habe mich verliebt wie ein grüner Junge wie ein Narr verliebt er greift ihre Hand sie schreit vor Schmerz auf ich liebe sie er kniet nieder ich liebe sie wie ich noch nie geliebt habe zwölf Frauen habe ich sitzen lassen neun sind mir untreu geworden aber keine einzige von ihnen habe ich so geliebt wie ich sie liebe ich bin besiegt verloren ich liege auf den Knien wie ein Narr und biete ihnen die Hand an Schmach und Schande fünf Jahre lang habe ich mich nicht verliebt ich habe es mir gelobt und nun bin ich mit einem Mal hineingeraten wie die Deichsel in einen fremden Kutschkasten ich biete ihnen die Hand an ja oder nein wollen sie nicht dann nicht er steht auf und geht schnell zur Tür warten sie Smirnoff bleibt stehen nun nichts sie können gehen übrigens warten sie nein gehen sie gehen sie ich hasse sie oder nein gehen sie nicht fort ach wenn sie wüssten wie böse ich bin wie böse sie wirft den Revolver auf den Stuhl die Finger sind mir angeschwollen von diesem Ekel sie zerreißt vor Zäune Taschentuch was stehen sie noch da packen sie sich leben sie wohl ja ja gehen sie nur schreit wohin gehen sie denn warten sie übrigens gehen sie ach wie böse ich bin kommen sie nicht zu nahe kommen sie nicht zu nahe kommen sie mir nicht näher Smirnoff nähert sich ihr wie ich mich über mich selbst ärgere wie ein Gymnasiast habe ich mich verliebt auf den Knien habe ich gelegen mich überläuft es eiskalt streng ich liebe sie das hat mir gefehlt ich habe es notwendig gehabt mich zu verlieben morgen muss ich Zinsen zahlen die Heuernte hat begonnen und da erscheinen sie erfasst sie im Detail ich werde es mir nie verzeihen weg die Hände weg ich hasse sie in die Schranken langer Kuss elfter Auftritt die vorigen Luca Gärtner Kutscher Arbeiter Luca mit einer Axt Gärtner mit einem Rechen Kutscher mit einer Heugabe Arbeiter mit Stangen Luca erblickt das sich küssende Paar Gerechter Gott Pause Frau Pupp auf die Augen senkend Luca sag im Stall dass Tobi heute gar keinen Hafer bekommen soll Ende von der Bär von Anton Tschechow übersetzt von Luise Flachs Foxchaniano Der Bär von Anton Tschechow Dies ist eine LibroVox Aufnahme Alle LibroVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Der Bär Grotesk in einem Aufzug von Anton Tschechow aus dem russischen Übertragen von Luise Flachs Foxchaniano Personen Helene Ivanovna Popov Eine junge Witwe Gutsbesitzerin Gelesen von Avai Grigori Stepanovich Smirnov Gutsbesitzer Gelesen von Karlsson Luca Diener bei Frau Popov Gelesen von Martin Harbeck Erzähler Gelesen von Elie Ort der Handlung Das gute Frau Popov Erster Auftritt Frau Popov Luca Frau Popov in tiefer Trauer sitzt auf dem Sofa rechts, blügt unverwandt eine Fotografie an. Luca Es ist nicht recht, gnädige Frau. Sie richten sich zugrunde. Die Magd und die Köchin sind Bären suchen gegangen. Alles, was atmet, freut sich des Daseins. Selbst die Katze versteht sich auf ihr Vergnügen, schleicht im Hof umher und fängt Vögel. Los, sie hocken den ganzen Tag im Zimmer, gerade wie in einem Kloster und haben so gar keine Freude. Ja, wahrhaftig, wenn man genau nachrechnet, haben sie ein Jahr lang das Haus nicht verlassen. Und ich werde es auch niemals verlassen. Wozu? Mein Leben ist abgeschlossen. Er liegt im Grabe. Ich habe mich zwischen diesen vier Mauern begraben. Die sind beide gestorben. Da hat man es. Es ist nicht zum Anhören. Wirklich wahr. Nikolai Mikhailovich ist gestorben. So war es Gottes Wille. Gott geb ihm die ewige Ruh. Sie haben sich gegrämt. Nun ist's genug. Es ist Zeit, aufzuhören. Man kann nicht ewig weinen und Trauerkleider tragen. Auch mir ist vor Jahren meine Alte gestorben. Ich habe mich gegrämt. Einen Monat lang habe ich geweint. Und dann war's genug. Kann man denn ewig Klagelieder singen? Das war ja die Alte auch nicht wert. Er seufzt. Sie haben alle Nachbarn vergessen. Sie fahren nicht aus und wollen auch niemand empfangen. Wir leben, verzeihen Sie, wie die Spinnen. Das liebe Tageslicht sehen wir nicht. Die Livree ist von den Mäusen zerfressen. Und wenn es noch keine guten Menschen gäbe. Aber der ganze Umkreis ist voll von Herrschaften. In Riebloff steht das Regiment. Offiziere, einfach konfekt. Man kann sich nicht satt sehen. Und im Lager ist an jedem Freitag Ball. Und jeden Tag spielt die Militärmusik. »Ach, meine liebe, gnädige Frau! So jung und so schön, wie Sie sind, Milch und Blut! Wenn Sie doch nur Ihrem Vergnügen leben wollten!« »Die Schönheit ist nicht für immer gegeben. Wenn so zehn Jährchen vorbei sind, dann werden Sie gern paradieren wollen, um die Herren Offiziere daran zu bekommen. Aber da wird es zu spät sein.« Frau Popov entschieden. »Ich bitte dich, mir nie mehr davon zu sprechen. Du weißt, dass mein Leben seit dem Tode Nikolai Mikhailovitschs für mich jeden Wert verloren hat. Du glaubst, ich lebe, aber es scheint dir bloß. Ich habe im Grabe gelobt, diese Trauerkleider nicht abzulegen und fern von der Welt zu leben. Hörst du? Möge seine abgeschiedene Seele sehen, wie ich ihn liebe. Ja, ich weiß, es ist für dich kein Geheimnis. Er war oft ungerecht gegen mich, grausam, und er war mir nicht treu. Aber ich werde treu sein bis zum Grabe und ihm beweisen, wie ich zu lieben vermag. Dort im Jenseits wird er mich ebenso finden, wie ich bis zu seinem Tode gewesen.« »Wozu diese Worte? Wenn Sie doch lieber im Garten spazieren gingen oder befehlen wollten, Tobi oder den Velikan vorzuspannen, um die Nachbarn wieder einmal zu besuchen.« »Frau Popov wählt.« »Ach!« »Gnädige Frau, meine liebe gnädige Frau, was ist's um Christi willen?« »Er hat Tobi so sehr geliebt. Er ließ ihn immer anspannen, wenn er...« »Ich glaube Ihnen deutlich gesagt zu haben, der Verwalter wird aus der Stadt zurückkehren, dann erhalten Sie das Geld.« »Ich bin nicht zum Verwalter, sondern zu Ihnen gekommen.« »Was Teufel, verzeihen Sie den Ausdruck, kümmert mich Ihr Verwalter!« »Entschuldigen Sie, verehrtes Herr, ich bin weder an Ihre sonderbaren Ausdrücke noch an einen solchen Ton gewöhnt.« »Ich höre Sie nicht weiter an.« »Sie geht rasch nach links ab.« Fünfter Auftritt. Smirna Verleihl. »Was sagt man dazu? Stimmung! Vor sieben Monaten ist der Mann gestorben. Aber muss ich die Zinsen einzahlen oder nicht? Ich frage, muss ich die Zinsen zahlen oder muss ich nicht? Nun ja, der Mann ist gestorben, Stimmung und allerlei Faxen. Der Verwalter, der Teufel hole ihn, ist irgendwo hingefahren. Nun befehlen Sie, was soll ich tun? Soll ich etwa im Luftballon meinen Gläubigen entfliehen? Oder mit dem Kopf die Mauer einrennen? Komme ich zu Grustew, geruht er nicht zu Hause zu sein. Iroschewitsch hat sich einfach versteckt. Mit Kurzin habe ich mich tödlich gezankt und ich hätte ihn beinahe zum Fenster hinausgeworfen. Masutov hat die Kolleriene und bei der da Stimmung. Keine einzige Kanalie will zahlen. Und das alles nur deshalb, weil ich sie alle zu sehr verwöhnt habe. Weil ich ein Jammermeier, ein Waschlappen, ein altes Weib bin. Ich bin zu zart fühlend mit ihnen. Aber wartet nur, ihr werdet mich kennenlernen. Ich gestatte keinem, mit mir seinen Scherz zu treiben. Der Teufel noch einmal! Ich bleibe hier und werde nicht von der Stelle weichen, bis sie zahlt. Wie böse ich heute bin! Wie schrecklich böse ich bin! Vor Bosheit zittern mir alle Sehnenbänder und der Atem versagt mir. Pfui, mein Gott! Übel! Schlecht wird mir sogar! Er schreit. Diener! Luker tritt ein. Sechster Auftritt Smirnov-Luker Was steht zu Diensten? Gib mir Quas oder Wasser! Luker geht ab. Nein, was sagt man dazu? Sie hat es nicht zur Verfügung. Was ist das für eine Logik? Einem Menschen steht das Messer an der Kehle, er braucht Geld, er ist auf dem Sprunge, sich zu erhängen, und sie zahlt nicht, weil sie nicht in Stimmung ist, sich mit Geldangelegenheiten zu beschäftigen. Sieh mal, echte Frauenlogik, Turnüre-Logik. Darum habe ich auch nie mit Frauen sprechen wollen und tue es auch jetzt nicht gern. Mir fällt es leichter, auf einem Pulverfass zu sitzen, als mit einer Frau zu reden. Brr, eiskalt überläuft es mich, so sehr hat mich diese Turnüre erbost. Ich brauche nur aus der Ferne so ein poetisches Geschöpf zu erblicken, so bekomme ich vor Wut Wadenkrämpfe. Man müsste einfach zu Hilfe schreien. Luker tritt ein. Siebenter Auftritt. Smirnov Luker. Luker reicht im Wasser. Die gnädige Frau ist krank und empfängt nicht. Marsch hinaus! Luker geht ab. Krank und empfängt nicht. Ist doch nicht notwendig. Empfange nicht. Ich bleibe und werde hier sitzen, bis du das Geld hergibst. Wirst du eine Woche krank sein, werde ich eine Woche hier sitzen. Wirst du ein Jahr krank sein, werde ich ein Jahr hier bleiben. Gefatterin, ich werde schon mein Geld herausbekommen. Mich rührst du nicht mit den Trauerkleidern, auch nicht mit den Grübchen in den Wangen. Wir kennen diese Grübchen. Er schreit zum Fenster hinaus. Simeon, spann aus! Wir fahren nicht so bald fort. Ich bleibe hier. Sag dort im Stall, man soll den Pferden Haar vergeben. Viehkerl, das linke Pferd hat sich schon wieder in die Zügel verwickelt! Spottet ihm nach. Tut nichts. Ich werde dir schon zeigen, tut nichts. Geht vom Fenster weg. Es ist sehr schlimm. Unerträgliche Hitze. Keiner zahlt. Diese Nacht habe ich schlecht geschlafen und hier die Trauerschleppe mit Stimmung. Oh, der Kopf schmerzt. Soll ich vielleicht einen Schnaps trinken? Schließlich trinken wir einen. Schreit. Dina! Luca tritt ein. Was wünschen Sie? Ein Gläschen Schnaps? Luca geht ab. Smirnov setzt sich und betrachtet seine Kleidung. Uff, eine nette Figur. Das lässt sich nicht leugnen. Bestaubt, schmutzige Stiefel, ungewaschen, ungekämmt, Stroh auf der Weste. Die Gnädige hat mich einfach für einen Räuber gehalten. Ergehend. Uff, es war etwas unhöflich, in solchem Aufzug in einem Empfangszimmer zu erscheinen. Nun ja, tut nichts. Ich bin hier nicht Gast, sondern Gläubiger, und für Gläubiger ist das Kostüm nicht vorgeschrieben. Luca kommt mit dem Schnaps. Sie erlauben sich viel, mein Herr. Smirnov zornig. Was? Ich, ich habe nichts, ich habe eigentlich... Zu wem sprichst du? Halt den Mund! Luca besette. So eine Beschämthe... Zu Befehl! Ein heftiges Klingeln. Frau Popov zog zusammen. Was ist das? Sage, dass ich niemand empfange. Zu Befehl! Er geht durch die Mitte ab. Zweiter Auftritt, Frau Popov allein. Frau Popov die Fotografie anblickend. Du wirst sehen, Nicole, wie ich zu lieben und zu verzeihen vermag. Meine Liebe wird mit mir zugleich erlöschen, wenn mein armes Herz zu schlagen aufhören wird. Sie lächelt unter Tränen. Und du schämst dich nicht? Ich bin ein braves, treues Weib. Ich habe mich eingekerkert und werde dir treu bleiben bis zum Grabe. Und du... Und du... Schämst dich nicht, mein liebes Ungeheuer. Hast mich betrogen, hast mir Szenen gemacht, hast mich lange Wochen allein gelassen. Luca tritt in große Aufregung ein. Dritter Auftritt. Frau Popov, Luca. Gnädige Frau, es fragt jemand nach Ihnen. Will Sie sehen? Du hast doch gesagt, dass ich seit dem Tode meines Mannes niemand empfange. Das habe ich gesagt, aber er will nichts davon hören. Er sagt, es sei eine sehr dringende Angelegenheit. Ich empfange nicht. Das habe ich ihm ja gesagt. Er ist ein Wilder. Er schimpfte und drang einfach ins Zimmer ein. Er steht schon im Speisezimmer. Frau Popov erregt. Gut, lass ihn herein. Welche Zudringlichkeit. Luca durch die Mitte ab. Wie lästig die Menschen sind. Was wollen sie von mir? Warum stören sie meine Ruhe? Sie seufzt. Ja, es ist ganz klar. Ich werde wirklich ins Kloster gehen müssen. Nachdenklich. Ja, ins Kloster. Smirnov tritt ein, gefolgt von Luca. Vierter Auftritt. Frau Popov, Luca, Smirnov. Smirnov zu Luca. Dummkopf, plappers zu viel, Esel! Frau Popov erblickend, mit Würde. Meine Gnädige, ich habe die Ehre, mich vorzustellen. Artillerieleutnant außer Dienst, Grundbesitzer Grigori Stepanovich Smirnov. Bin gezwungen, sie in einer höchst wichtigen Angelegenheit zu belästigen. Frau Popov, ohne ihm die Hand zu reichen. Was wünschen Sie? Ihr seliger Gatte, mit dem ich die Ehre hatte, bekannt zu sein, blieb mir zwei Wechsel im Betrag von 1200 Rubel schuldig. Da ich morgen in der Agrarbank Zinsen zu erlegen habe, möchte ich sehr suchen, meine Gnädige, mir das Geld noch heute zu bezahlen. 1200! Und wofür ist mein Mann Ihnen das schuldig geblieben? Er hat Hafer von mir gekauft. Frau Popov seufzend zu Luca. Luca, vergiss also nicht zu sagen, dass man Tobi ein Achtel Hafer mehr geben soll. Luca geht ab. Frau Popov zu Smirnov. Wenn Nikolai Michailovic Ihnen das schuldig geblieben, so werde ich selbstverständlich bezahlen, aber bitte entschuldigen Sie, ich habe heute das Geld nicht zur Verfügung. Übermorgen kehrt mein Verwalter aus der Stadt zurück, und ich werde ihn beauftragen, Ihnen zu zahlen, was Ihnen gebührt, aber bis dahin kann ich Ihren Wunsch nicht erfüllen. Überdies sind es gerade heute sieben Monate, dass mein Mann gestorben ist, und ich bin nicht in der Stimmung, mich mit Geldangelegenheiten zu beschäftigen. Und ich befinde mich in einer Stimmung, dass ich, wenn ich morgen die Zinsen nicht einzahle, mit den Füßen nach oben durch den Schornstein werde fliegen müssen. Man wird mein Gut sequestrieren. Übermorgen erhalten Sie das Geld. Ich brauche das Geld nicht übermorgen, sondern heute. Verzeihen Sie, heute kann ich Ihnen nicht zahlen. Und ich kann bis übermorgen nicht warten. Was soll ich aber tun, wenn ich es nicht sofort habe? Sie können also nicht zahlen? Ich kann nicht. Hm, ist das Ihr letztes Wort? Ja, das letzte. Das letzte? Endgültig? Endgültig. Danke, Gehorsamst, wir wollen uns das merken. Er zog die Schultern. Und da verlangt man noch, dass ich kaltblütig sei. Der Akzisebeamte begegnete mir soeben auf dem Wege und fragte, warum ärgern Sie sich immer, Grigori Stepanovic? Ja, erbarmen Sie sich, wie soll ich mich denn nicht ärgern? Ich brauche Geld. Das Messer steht mir an der Kehle. Gestern früh fuhr ich schon beim ersten Morgengrauen vom Hause fort und war bei allen meinen Schuldnern, wenn auch nur einer von ihnen seine Schuld bezahlt hätte. Abgeschunden habe ich mich, wie ein Hund, habe, der Teufel weiß wo, in einer jüdischen Schenke übernachtet, neben einem Schnapsfass. Endlich komme ich hier rum. Dieses Ungetüm hat sich uns auf den Hals gesetzt. Er geht ab. Ach Gott, wie böse ich bin! So böse, dass ich, scheint mir, die ganze Welt zu Staub zermalmen möchte. Sogar übel wird mir. Er ruft. Diener! Achter Auftritt Frau Popov Smirnov Frau Popov kommt gesenkten Auge. Geehrter Herr, ich habe mich in meiner Einsamkeit völlig der Menschenstimmen entwöhnt und kann Geschrei nicht ertragen. Ich bitte Sie dringend, stören Sie meine Ruhe nicht. Zahlen Sie mir mein Geld und ich reise ab. Ich sagte Ihnen bereits in Ihrer Muttersprache, ich habe das Geld jetzt nicht zur Verfügung. Warten Sie bis übermorgen. Auch ich hatte die Ehre, Ihnen in Ihrer Muttersprache mitzuteilen, dass ich das Geld nicht übermorgen, sondern heute brauche. Wenn Sie mir heute nicht zahlen, muss ich mich morgen aufhängen. Was soll ich aber tun, wenn ich das Geld nicht habe? Wie sonderbar! Sie zahlen also nicht sofort, nicht? Ich kann nicht. Dann bleibe ich hier und werde so lange sitzen, bis ich das Geld bekomme. Er setzt sich. Sie werden übermorgen zahlen? Ausgezeichnet, so bleibe ich bis übermorgen. Springt auf. Ich frage Sie, muss ich morgen die Zinsen zahlen oder nicht? Oder glauben Sie, ich scherze? Geehrter Herr, ich bitte Sie nicht zu schreien, hier ist kein Stall. Ich frage Sie nicht nach dem Stall, sondern danach, ob ich morgen die Zinsen erlegen muss oder nicht. Sie wissen nicht, wie man sich einer Dame gegenüber beträgt. Oh doch, ich weiß mich mit Damen zu benehmen. Nein, Sie wissen es nicht. Sie sind ein ungezogener, grober Mensch. Anständige Leute sprechen nicht so mit Damen. Ach, wie merkwürdig! Wie befehlen Sie denn, mit Ihnen zu sprechen? Etwa Französisch? Boshoff lispelnd. Madame, je vous prie, wie glücklich bin ich, dass Sie mir das Geld nicht bezahlen. Pardon, dass ich Sie gestört habe. Welch ehrliches Wetter wir heute haben. Und wie gut Ihnen diese Trauerkleider stehen. Er macht Kratzfüsse. Gar nicht witzig, aber grob. Smirnov nachahmend. Nicht witzig, aber grob. Ich weiß mich nicht in Damengesellschaft zu betragen. Meine Gnädigste, ich habe in meinem Leben viel mehr Frauen gesehen als die Sperlinge. Dreimal habe ich mich der Frauen wegen duelliert. Zwölf Frauen habe ich sitzen lassen. Neun haben mich sitzen lassen. Jawohl, es gab eine Zeit, wo ich den Narren spielte, Honigworte lispelte, Kratzfüße Komplimente machte. Ich liebte, litt, seufzte den Mond an, zerfloss in Liebesqualen. Ich liebte leidenschaftlich, ich liebte bis zur Raserei, in allen Tonarten. Ich schnatterte wie eine Elster über die Emanzipation, vergeudete infolge dieser zarten Gefühle das halbe Vermögen. Aber jetzt, hol mich der Teufel, ist es genug! Gehorsamster Diener, jetzt lasse ich mich nicht mehr von Euch an der Nase herumführen. Genug! Schwarze Augen, leidenschaftliche Augen, Korallenlippen, Grübchen in den Wangen, Mondenschein, Flüstern, leises, schüchternes Atmen. Für das alles, meine Gnädige, gebe ich heute auch nicht einen Kupfergroschen. Ich spreche nicht von den Anwesenden, aber alle Frauen, von der kleinsten bis zur größten, sind aufgeblasen, heuchlerisch, klatschsüchtig, gehässig, verlogen vom Wirbel bis zur Zehe, eitel, kleinlich, grausam, von einer empörenden Logik und was das, erschlägt sich auf die Stirn, betrifft, so, verzeihen Sie mir die Aufrichtigkeit, kann ein Sperling einem x-beliebigen Philosophen im Unterrock Zehn vorgeben. Sieht man ein solch poetisches Geschöpf vor sich, so glaubt man, ein ätherisches, göttliches Wesen zu erblicken, so wunderschön, ein Hauch und man zerfließt in tausend Entzückungen und Wonnen. Sieht man aber in die Seele, so ist es ein gewöhnliches Krokodil. Er kreift in die Stuhllehne, der Stuhl kracht und bricht in zwei. Das Empörendste ist aber, dass dieses Krokodil sich einbildet, es sei ein Chef d'Oeuvre, die zarten Gefühle seien sein alleiniges Monopol. Der Teufel holt's, hängen Sie mich da an diesem Nagel mit den Füßen nach oben auf, wenn die Frau außer ihrem Seidenpinsch jemand lieben kann. Wenn sie liebt, versteht sie bloß zu jammern oder Tränen zu vergießen. Wo der Mann leidet und Opfer bringt, dort äußert sich ihre ganze Liebe darin, daß sie mit der Schleppe hin und her dreht und den Mann an der Nase herumführen will. Sie haben das Unglück, eine Frau zu sein. Sie werden daher die Frauennatur kennen. Sagen Sie mir auf Ehr und Gewissen. Haben Sie in Ihrem Leben schon eine Frau gesehen, die aufrichtig, treu und beständig gewesen wäre? Sie haben sie nicht gesehen. Treu und beständig sind einzig und allein die Alten und die Missgestalteten. Sie werden eher einer gehörnten Katze oder einer weißen Waldschnäpfe begegnen als einer treuen Frau. Aber erlauben Sie mir, wer ist denn nach Ihrer Meinung treu und beständig in der Liebe? Etwa der Mann? Jawohl, der Mann. Der Mann. Sie lacht ironisch. Der Mann ist treu und beständig in der Liebe. Das ist aber etwas ganz Neues. Bitter. Mit welchem Recht behaupten Sie das? Die Männer und treu, beständig. Wenn wir schon so weit gekommen sind, so werde ich Ihnen sagen, dass von allen Männern, die ich gekannt und kenne, der beste, meinseliger Mann war. Ich liebte ihn leidenschaftlich mit allen meinen Gefühlen, wie nur eine junge, denkende Frau lieben kann. Ich gab ihm meine Jugend hin, mein Glück, das Leben, mein Vermögen. Ich betete ihn an wie eine Heidin und... Und was geschah? Dieser Beste der Männer betrug mich auf Schritt und Tritt in der gewissenlosesten Art. Nach seinem Tode fand ich im Schreibtisch eine volle Lade mit Liebesbriefen und bei Lebzeiten... Mir ist es furchtbar, daran zurückzudenken. Ließ er mich wochenlang allein, machte er in meiner Gegenwart anderen Frauen den Hof, hinter ging er mich, verschwendete mein Geld und spottete über meine Gefühle. Und trotz alledem liebte ich ihn und war ihm treu. Ja, noch mehr, er ist gestorben und ich bin ihm noch immer treu. Ich habe mich für ewig zwischen den vier Mauern begraben und bis zum Tode lege ich diese Trauerkleider nicht ab. Ist mir in der Flacht verächtlich. Trauerkleider! Ich begreife nicht, für wen sie mich halten. Als ob ich nicht wüßte, wozu sie diesen schwarzen Domino tragen und warum sie sich in den vier Wänden begraben haben. Ob ich das weiß. Das ist so geheimnisvoll, poetisch. Irgendein Junker wird an dem Herrenhaus vorbeifahren oder ein geckenhafter Poet zu den Fenstern hinaufblicken und sich denken, hier lebt die geheimnisvolle Tamara, die aus Liebe zu ihrem Gatten sich zwischen den vier Mauern begraben hat. Wir kennen diese Kunststücke. Frau Popoff aufspringend. Was? Wie unterstehen Sie sich mir das alles zu sagen? Sie haben sich lebendig begraben. Sie haben aber dabei nicht vergessen, ihr Gesicht zu pudern. Wie wagen Sie es nur, mit mir so zu sprechen? Schreien Sie nicht. Ich bitte Sie. Ich bin nicht Ihr Verwalter. Gestatten Sie mir, die Dinge beim rechten Namen zu nennen. Ich bin keine Frau und bin gewohnt, meine Meinung offen zu äußern. Bitte also nicht zu schreien. Nicht ich schreie, sondern Sie schreien. Lassen Sie mich in Ruhe, ich bitte. Zahlen Sie mir das Geld und ich reise ab. Ich werde Ihnen das Geld nicht geben. Nicht? Sie geben es also nicht? Ihnen zum Trotz werden Sie keinen Kopäkin bekommen. Sie sollen mich in Ruhe lassen. Ich habe nicht das Vergnügen, Ihr Gemahl oder Ihr Bräutigam zu sein und bitte Sie daher, keines zähnen. Er setzt sich. Ich vertrage das nicht. Frau Popoff schweratmend verzwahn. Sie setzen sich? Ich sitze bereits. Ich bitte. Gehen Sie. Geben Sie das Geld? Beiseite. Ach, wie böse ich bin, wie böse. Ich wünsche nicht, mit unverschämten Menschen zu sprechen. Hinaus. Pause. Sie gehen nicht? Nein? Nein. Nein? Nein. Gut. Sie klingelt. Neunter Auftritt. Die vorigen Luca. Luca, führe diesen Herrn hinaus. Luca geht auf Smirnav zu. Mein Herr, gehen Sie doch, wenn man Ihnen befiehlt. Was wollen Sie hier? Smirnav aufspringen. Halt das Maul! Mit wem sprichst du? Ich zermalme dich zu Brei. Luca fasst sich nach dem Herz. Gerechter Gott! Er fällt in einen Stuhl. Ach, mir ist schlecht. Ich habe keinen Atem. Wo ist Dascha? Ruft. Dascha? Pelageya! Dascha! Sie klingelt. Ach, alle sind Bärensuchen. gegangen. Keiner ist zu Hause. Mir ist schlecht. Wasser! Frau Popov zu Smirnav. Scheren Sie sich fort! Wollen Sie nicht etwas höflicher sein? Frau Popov die Fäuste ballend und mit den Füßen stampfend. Sie sind ein Grobian, ein grober Bär, ein Ungeheuer. Was? Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, dass Sie ein Bär, ein Ungeheuer sind. Smirnav nähert sich ihr mit raschen Schritten. Aber erlauben Sie mir, welches Recht haben Sie, mich zu beleidigen? Ja, ich beleidige Sie. Was ist denn dabei? Sie glauben, dass ich mich für Ihnen fürchte? Und Sie glauben wohl, als poetisches Geschöpf haben Sie ein Recht, ungestraft zu beleidigen? Ich fordere Sie, da haben Sie es. Barmherziger Gott! Wasser!